So, hallo zusammen! Ich sitze gerade mit der Sarah zusammen im Fotoplanet und wir quatschen heute über die Fototage. Was waren denn deine Highlights? Ich freue mich immer so mega auf die Fototage, denn das Spannendste daran ist ja, die Aussteller, die kann ich ja direkt rundherum alles fragen, was ich denn fragen will. Und selbst bei komplexeren Fragen stehen die mir sofort zur Verfügung. Und das Tolle ist ja, man kann die nicht nur fragen, sondern auch alles, was sie an Technik dabei haben, mal ausprobieren, richtig? Genau. Das heißt, der Kunde kriegt von uns eine Kamera, die kann er in die Hand nehmen, mit der kann er draußen fotografieren, dass wir den Kunden einfach mal auf eine wunderbare Reise mitnehmen. Hört sich verdammt gut an. Und wer kann denn jetzt alles kommen zu den Fototagen? Jeder? Also vom Anfänger bis zum Profi? Egal, ob man schon eine Grundkenntnis hat oder nicht, für jeden ist was dabei. Super, cool! Okay, das heißt, das sind super viele Aussteller. Was gibt es denn noch alles an den Fototagen? Na, zum Beispiel kostenlose Workshops. Das heißt, der Kunde kommt zu uns mit seiner Kamera, dann gehen wir mit dem Kunden nach draußen, von Makrofotografie bis hin zur Nachtfotografie. Ist alles dabei. Wow! Was für ein Riesenangebot, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben hier Aussteller da, wir haben verschiedene Foträge, wir haben Workshops. Aber was war denn jetzt so dein persönlicher Eindruck von den Fototagen? Das ist eigentlich so das Highlight, dass man da die Aussteller persönlich treffen kann, diese Objektive oder diese Kameras mal selber in die Hand nehmen kann, die Neuheiten mal so richtig erklärt bekommt. Einfach genial. Also wir fanden es super auf jeden Fall und wir freuen uns schon auf die Fototage jetzt im Herbst und wir würden uns freuen, wenn ihr auch dabei seid. Bis dann! Tschüss!